Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, ist zu einem offiziellen Besuch nach Turkmenistan gereist. Ilham Aliyev wurde heute vom Präsidenten von Turkmenistan, Gurbang Gurdug Beldi Mohamedov, auf dem Unabhängigkeitsplatz in Aschgabat begrüßt. Im Anschluss an die Begrüßungszeremonie führten die Staatsoberhäupter Einzelgespräche und erweiterte Beteiligungssitzungen durch. Der aserbaidschanische Präsident sagte, sein Besuch sei darauf ab, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu stärken. Gurbang Gurdug Beldi Mohamedov bedankte sich bei Ilham Aliyev für die Aufmerksamkeit, die der Entwicklung der zwischenstaatlichen Beziehungen, die auf der Tradition der Freundschaft beruhen, gewidmet wurde. Die Seiten tauschten sich auch zu einer Reihe von Fragen von gemeinsamen Interesse aus. Später unterzeichneten die Präsidenten biliterale Kooperationsdokumente und gaben gemeinsame Presseerklärungen ab. In den vergangenen 24 Stunden haben die armenischen Streitkräfte 22 Mal den Waffelstillstand entlang den Kontakten zwischen aserbaidschanischen und armenischen Truppen verletzt, bricht das Verteilungsministerium von Aserbaidschan. Moskau begrüßt ein mögliches Treffen der Außenminister von Aserbaidschan in Armenien am Rande des OLZE-Ministerrats, das am 6. Dezember in Mailad stattfinden wird. Da sagte Maria Sakharova, Sprecherin des Militärischen Außenministeriums, heute auf einer Besprechung in Moskau. Es ist jedoch das souveräne Recht jedes Staates, in dieser Frage eine Entscheidung zu treffen. Wenn die Konfliktparteien einverstanden sind, ein konstruktives Treffen abzuhalten, kann dies nur begrüßt werden, sagte Maria Sakharova. Der Vorsitzende der aserbaidschanischen Präsidialverwaltung, Rami Zemehtiev, diskutierte am 21. November mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrats Nikolai Patrushev in Moskau über die rechtlichen Aspekte des Kaspischen Meeres. Die Seiten tauschten sich auch über die Aussichten für die Interaktion zwischen verschiedenen Ministerien und Abteilungen Russlands und Aserbaidschan sowie über Terrorismusbekämpfungen aus. Beachten sie, dass die Verantwortlichen von fünf kaspischen Staaten am 12. August dieses Jahres auf dem Gipfel in Aktau die Konvention über die Rechtsstellung des Kaspischen Meeres unterzeichnet haben. Die große Nationalversammlung der Türkei war Gastgeber der 8. Plenartragung von TÜRKPA am 21. November in Izmir. Der Vorsitzende des Parlaments von Aserbaidschan, Oktay Asarov, nahm an der Sitzung zusammen mit seinen Amtskollegen aus der Türkei, Kirgisistan, Kasachistan, der türkischen Republik Nordzypern und Ungarn teil. Die Parlamentsprecher der Mitgliedsländer nehmen die Erklärung von Izmir an. Das Abschlussdokument der Plenartagung am Ende des Treffens. Sie beschlossen auch, die nächste neue Plenartagung 2019 in Aserbaidschan abzuhalten. Das war's, meine lieben Zuschauer, für heute. Morgen machen wir weiter mit neuen Themen. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Das war's, meine lieben Zuschauer.